Alfa, wach auf! Hey, hey, hey! Aufwachen! Leute, wo sind wir hier? Hä? Wir sind einfach hier im Gefängnis! Was geht? Warum sind wir im Gefängnis? Warum bin ich als Polizist? Wollte ich auch festgenommen, obwohl ich Polizist bin? Ja, keine Ahnung! Ja, warte, die steht da jetzt! Du wurdest beim Kaugummi-Clown erwischt. Fliehe über die Kanalisation aus dem Gefängnis! Was? Hä? Oh, guck mal! Hier kann man halt echt rausgehen. Guck mal, Ente, guck mal! Ja! Alter, als ob! Warte! Äh! Ey, pass auf! Ey, oh mein Gott! Warte mal, ich versuche mir langsam runter... Ah! Ey, ist ja echt gefährlich! So, warte! Einfach vorhanden gefährlich! Man darf den roten Boden nicht berühren! Ach so! So, man muss versuchen, an die Liane da zu kommen! Und... Oh, nicht geschafft! Hä, wie schafft man das? Ich hab's geschafft! Als ob, du hast es geschafft! Ja! Als ob es endlich geschafft! Dann muss ich es auch schaffen! So, Moment! Was geht? Und... Nein! Die Leute, warten auf mich! Ich hab's schon seit zwei Minuten geschafft! Und mir sagt keiner was! Einte, wir mögen dich! Ey, du bist so schlecht! Hä? Wieso kriegst du das nicht hin, Mann? Wie hast du's gemacht, Ente? Sag mal! Loop! Wie hast du's gemacht? Alpha ist Loop! Alpha ist Loop! Wart, wartet auf mich! Ich komme! Ey, endlich! Ich muss sagen, wir gehen schon weiter! Ja, tschüss! Ja, es geschafft! Nice! Endlich! Hä? Let's go! Ist das jetzt hier ein Dropper oder was? Ich glaub, das ist ein Dropper! Ja, ich glaub schon! Okay, lass die Freunde sich runtergehen! Leute, ist geparkt! Und... Ja, ich auch! Nice! Wo sind wir hier? In der Kanalisation, oder? Ja! Oh mein Gott! Alle müssen hier echt vorsichtig sein, Leute! Ja, hier ist jetzt auch der nächste Checkpoint! Hier steht auch was! Diesmal vor, Ente! Äh, die Kanalisation ist nur noch eine einzige Ruine! Kämpf dich auf die andere Seite! Mit einer Leiter gelangst du ins Kontrollzentrum! Ah, da hinten ist die Leiter! Seht ihr die? Ja! Da hinten ist die Leiter! Da müssen wir versuchen hinzukommen! Oh mein Gott! Als ob hier so schwere Jumps sind! Und... Was geht? Oha! Der erste Jump ist schon schwer genug! Als ob... Ist er möglich? Äh! Ja, Alter, du hast es geschafft! Ich auch! Was ist das schwer, Leute? Alter, du musst das rote Item in die Hand nehmen und das rechtsklicken! Ach so! Dann, äh... Was hattest du? Dann gehst du zum Checkpoint zurück! Mann, wir müssen das versuchen zu schaffen! Und... Oh, ich bin auch auf der Leiter! Ich bin auch da! Ah, du bist vor mir! Ist schwer! Und hier rüber! Nein, nicht geschafft! Nein, ich auch nicht! Alter, als ob wir das schaffen werden! Das sieht richtig schwer aus! Ey, Leute! Ich denke, wir schaffen das schon mit der Hilfe von mir! Ah, ja! Mann! Ihr seid die ganze Zeit vor mir auch gelegt! Ich schaffe das nicht! Wir müssen das alle hintereinander machen, Mann! So, warte! Ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir es noch schaffen in dieser Folge! Ich hoffe, wir schaffen das in dieser Folge! Aber wie? Ich will nämlich heute aus dem Gefängnis ausbrechen! Und... Komm hier hoch, rüber! Zack! Okay, und jetzt hier rüber springen! Geschafft! Und jetzt hier rüber, glaube ich! Nein! Hey, Mann! Was geht? Warte, ich blende euch mal kurz aus! So, ähm, äh... Ey, du... Na, da bringe die Freundschaft, Ben, Nachte! Lass mal alles! Ja, jetzt habe ich den Job geschafft! Guck! Einmal sehe ich euch nicht und zack, ich schaffe es! Und jetzt hier rüber! Nein! Das war der letzte Sprung, glaube ich! Ey, Leute, ich habe es fast geschafft! Alter, noch einen Sprung! Komm, du packst das! Noch einen Sprung trennen! Ich bin da frei! Hey! Let's go! Ja! Oh, halt! Hörst du was? Ah! Mann, das ist ein echt schwieriges Gefängnis! Die haben sie, glaube ich, richtig sicher für uns gemacht! Ja! Die passen es auf jeden Fall schaffen, Freunde! Die wollen nicht, dass wir ausbrechen, Mann! Wie kann man so gemein sein? Komm! Wir haben sich einfach alle gegen uns versporen! Ja, Mann! Nein! Ja, hast du rüber geschafft! Und noch einen Sprung! Nein! Mann, schau mir! Hey, Freunde, ich bin drüben! Hä, wie? Was? Ihr wisst hier rauf! Ja! Wirklich? Ich vertraue dir! Alty! Du hast mich angelogen! Okay, Alty, denkst du, ich werde es schaffen! Nein! Doch! Ja! Alty! Hey! Bitte! Lass mich nicht alleine! Alter, das ist so ein schwieriges Gefängnis, Leute! Ich habe das schon mal so ein schwieriges Gefängnis gesehen! Das war so ein einfacher Job nach Radebeck! Ey! Ja, es war echt... Alty! Nein! Du musst das nochmal machen, Alty! Nein! Nein! Ah! Yeah! Alle Endsatz geschafft! Nice, Mann! Was geht? Hey, Alty, mal nicht! Oder lass uns nicht schon mal weiterkommen! Ja! Kommt nichts brutal! Wo sind wir hier? Äh, was ist mit deinem Tees? Damit wir wirklich zurücklassen! Wir können doch nicht so irrenlos sein, oder? Ja, lass uns zurück! Ja, komm, wir warten auch auf den! Wo bleibst du, Mann? Mal nicht! Ja, ich hab das nicht, glaube ich! Mach hin! Wo bin ich? Warum muss der Ender auch so ewig brauchen, dass ich aus Versehen wieder runterfalle? Ah, Leute! Hey, sag ich! Hä? Ah, ich hab mal festgenommen! Nein, der Ender wurde festgenommen! Komm, wir gehen weiter! Nein, der Arme! Let's go! Oh nein, guck mal, was jetzt hier ist! Wir müssen hier den richtigen Weg gehen! Guck mal, da vorne ist die Karte, wo wir lang gehen! So drei da vorne! Das geht nicht! Dann hier nach links! Okay, weiter! Dann hier lang! Du musst echt vorsichtig sein! Dann hier lang! Okay! Drei nach vorne! Ich glaub, bis hier! Jetzt hier lang! Nein! Geh eins weiter! Du musst eins weiter! Und jetzt? Ja, guck doch nach vorne! Nach rechts, glaube ich! Was geht? Ich glaub, ich pack's! Moment! Nein! Doch, das schaffen wir easy hier! Was ist hier für ein Raum? Ist das hier so ein Laser-Pointer-Raum, oder was? Ich glaub schon! So, was ist jetzt? Drei? Ich hab keine Ahnung! Mann, geh du vor! Bitte! Was? Nein! Okay, da muss ich hier drauf! Komm, ich warte auf dich! Komm, packst du! Easy! Hier ist der Plan, wie wir ausbrechen! Okay, jetzt bis hier lang! Und jetzt hier lang! Okay, easy! Wie lang? Okay, ein bisschen nach vorne hier! Ich glaub, das sollten wir packen! Oha! Noch ein bisschen! Ey, wenn wir das jetzt verkacken, das wär echt dumm! Ey, da ist ein Loch da drin! Du musst irgendwo drüber springen! Nein! Nein! Jetzt hier eins nach vorne! Eins nach rechts! Kann man nicht hier einfach rüber springen? Egal, ich zieh weiter durch! Hier eins rüber! Oh mein Gott, das wird so knapp! Nein! 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 Was geht? Wir haben es geschafft! Keine Ahnung! Ja, wir haben es geschafft! Hier, ihr habt nichts gesehen, Leute! Was geht? Geschafft! Geh jetzt durch den Auf... Nein, nein! Der kommt zurück! Bis aufs Dach! Warte, nochmal geschafft! Geh jetzt durch den Aufzugschacht! Bis aufs Dach! Okay, schaffen wir! Gucken wir uns hier die Räume an! Meine, aber ich fahr ein bisschen echt IT! Oh nein, wir müssen jetzt hier hoch! Oh nein! Pack ich das! Was geht? Alter, ich glaub, das ist schwer! Oh, man darf hier echt nicht runterfahren! Wir müssen ja echt... Ich glaub, das ist echt schwer! Ich fahr die ganze Zeit runter! Ey, schon wieder! Wieso kann ich nicht springen? Bin ich dumm? Komm! Hier eins! Hier eins! Ey, ich pack das! Easy, komm! Warte! Nein! Ich fahr so weit! Komm, du schaffst das! Oha! Was geht? Hier rüber! Hier hoch! Nein! So knapp, Mann! Nein! Zack! Hier hoch! Oh, okay, jetzt hier... Den Sprung hab ich jetzt geschafft! Wo ist hier ein Checkpoint? Immer noch keins! Ist doch nicht wahr! Okay, jetzt hier die Seite hoch! Hier vorsichtig! Oh, davor ist ein Checkpoint! Bitte schaff ich das! Ja, hat den Checkpoint! Ey, ich will auch! Ente, wir sind fast open! Komm, eigentlich! Juni, ich schaff das nicht! Du musst alleine gleich weitergehen, wenn ich sichtbar! Aber du darfst nicht festgenommen werden! Ich will nicht alle hier ausbrechen! Was geht? Oh, ich glaub, du schaffst es! Okay, versuchst du weiter! Ich springe jetzt so lange! Oh! Oh mein Gott, ich muss jetzt hier wirklich versuchen, hier komplett durch! Nein! Oh oh! Oh, zum Glück war ja kein Checkpoint! Wenn ich wirklich jetzt auf einen alten Checkpoint trete... Nein! Ende! Oh mein Gott, nein! Ich war so weit! Ende, komm, ich glaube mal nicht! Ich geh schon mal hier weiter hoch! Immer die Hände waschen! Einmal die Hände waschen, Freunde! Einmal die Hände waschen, Freunde! Einmal die Hände waschen, Freunde! Oh mein Gott, ich hab's noch reden! Ich dachte, wir haben es festgenommen! Ja! Ich bin tatsächlich... Ich kommuniziere mit euch per Telepathie! Nein! Was geht? Oh, ich schaff's jetzt weit! Nein! Oh mein Gott, ich hab's weiter geschafft! Und hier hoch! Yeah! Ende! Komm, schaffst du's? Nee, ich schaff's nicht! Ah, einfach! Nein, nein, nein! Wo ist es denn? Nein, Ende ist runtergefallen, Leute! Ich hab's festgenommen! Oh nein, Leute! Ich musste einfach Ende im Stich lassen, aber ich musste zum Helikopter hoch! Oh Mann! Was soll ich jetzt tun hier alleine? Ich hoffe, ich schaff hier die Jumps noch! Oh, warte, was steht da? Rein oder weiter? Warte mal, ich gucke mal, was das ist! Da ist, glaube ich, so ein Portai oder so! Und da sollst du! Alter, ich vermisse dich! Ja, wie, du vermisst mich! Wieso hast du dich festnehmen lassen, Mann? Das kann doch nicht wahr sein! Du hättest weiter kämpfen müssen, wirklich! Ja, aber es ging nicht einfach! Ja, ich bin gleich für Helikopter! Ich hole euch noch nächstes Mal ab! Wirklich! Ihr seid meine Brust! Ja, machst du eh nicht! Ich bin doch! Doch, ich werde mir Mühe geben! So, ich muss jetzt hoch zum Helikopter! Ich bin auch gleich schon da! Musste hier auch ein paar Sprünge machen! Komm, hier, zack, hoch! Dann hier in der Gegend! Hier zum Steinleiter! Genau! Oh, jetzt hier ein schwieriger Sprung! Aber easy geschafft! Hier auch easy geschafft! Hier auch! Und hier auch easy! Okay! Yeah! Und zack, los zum Helikopter! Hoch hier! Let's go! Oh, ich bin schon bei Helikopter! Schaffst du es wirklich nicht? Ente! Ich hab's geschafft! Ich kann Helikopter starten! Ich hab's, Ente! Hallo! Nee! Okay, ich fliege dann los! Tschüss, Leute!